Wenn Tamara Röske mit ihren Cousinen shoppen geht, dann ist das genau wie bei anderen Mädchen. Rumalbern und Fotos schießen. Doch Tamara ist nicht wie andere. Sie hat das Down-Syndrom. Es bewirkt, dass sie eben nicht alles machen kann, was für andere selbstverständlich ist. Mit Jungs abreden und Führerschein machen. Das ist alles. Auto, Führerschein. Das würdest du gern machen? Ja, aber es geht leider nicht. Durch den Gendefekt ist die 18-Jährige geistig eingeschränkt und dadurch oft auf die Hilfe anderer angewiesen. Doch Tamara hat auch viele Stärken. Mit ihr kann man wirklich viel Spaß haben. Sie ist immer gut drauf und auch immer witzig. Sie bringt einen immer zum Lachen. Und sie ist auch immer freundlich. Und ja, ihr kann man echt gut sein. Sehr herzliche Art. Außer zu ihren Cousinen hat Tamara wenig Kontakt zu Gleichaltrigen ohne Behinderung. Denn nicht jeder tritt ihr offen gegenüber. Im Gegenteil, wie Tamaras Mutter weiß. Es gibt schon auch persönlichere Angriffe, wo sie dann schon aussagt, lass mich in Ruhe. Das ist für uns verletzend, für sie verletzend. Und sie kann sich nicht wehren, aber ich kann es schon. Und wenn ich dabei bin, dann erlaube ich mir, das dann auch mal irgendwie dagegen zu schießen. Ein Kind mit Down-Syndrom. Kein einfaches Los. Als die erste Diagnose kam, dachte ich, die Welt geht unter und ich werde nie wieder ein fröhlicher Mensch sein. Ich werde nie wieder lachen können, bis ich zum jetzigen Zeitpunkt auch ganz locker sagen kann, es ist alles genauso wie bei jedem anderen Kind. Und besonders viel Spaß haben beide, wenn Tamara vor der Kamera steht. Im Alltag muss sie sich vieles hart erarbeiten. Doch das Modeln klappt wie von selbst. Lächeln, Posen, Zähne zeigen. Dass Tamara anders ist als andere, ist in diesem Moment egal. Eine Castingshow brachte sie vor vier Jahren auf die Idee. Seitdem wurde Tamara schon für unterschiedliche Kampagnen gebucht. Ich habe manchmal in die Fernseher geguckt. Und dann habe ich auch gesehen, was sie gemacht haben. Und dann habe ich sie auch mal nachgemacht. Seitdem ist Modeln Tamaras große Leidenschaft. Und auch wenn sie bislang nicht davon leben kann, mit ihrer Ausstrahlung hat sie schon richtig große Aufträge bekommen. Für Marken wie Coco Boss oder Victoria Beckham stand sie schon vor der Kamera und reiste sogar bis nach Paris. Entdeckt hat Tamaras Talent die Fotografin Conny Benck. Sie ist herrlich spontan. Sie ist immer für Überraschungen gut. Das macht es für mich auch sehr spannend. Weil normalerweise die Models, die ich fotografiere, die sind, ja, überlegen, sitzt jetzt alles, sehe ich gut aus, passt alles. Sie ist einfach ein Geschenk. Sie ist ein Geschenk. Das ist es. Was damit gemeint ist, wird auch heute beim Shooting für ein Friseursalon schnell klar. Und mal schön posen. Ja, sehr schön. Auch Conny Benck hat eine Tochter mit Down-Syndrom. Seit ihrer Geburt vor 13 Jahren hat sie sich auf das Fotografieren von Menschen mit Behinderung spezialisiert. Durch meine Tochter habe ich vor allem gelernt, über den Tellerrand zu schauen und nicht mehr so sehr auf das Äußere zu achten, sondern den Blick direkt in den Menschen hinein zu richten. Denn da sitzt die wahre Schönheit. Und da sind, glaube ich, unsere Kinder mit ganz vorne dran. Die Stylistin Gabi Vasko hat sich ganz bewusst dafür entschieden, Bilder von Tamara in ihrem Friseursalon auszustellen. Man nimmt ja heute tatsächlich Models mit, ich möchte jetzt nicht sagen Makel, weil das immer negativ klingt, aber einfach mit dem persönlichen Etwas. Und das hat die Tamara auf alle Fälle. Wenn man ein Topmodel hat, die schon alles mitbringt von der Natur, wo man wirklich nur nach oben was draufsetzt, und das ist keine Kunst. Aber ein Mädchen zu nehmen, was bei ihr so klasse ist, die ist total natürlich und das finde ich total gut. Und ich glaube, dass unsere Kunden das ganz toll finden. Auch wenn Tamara bislang nur sporadisch Aufträge hat, sie macht vielen damit Mut. Die Feedbacks von den Leuten aus aller Welt, wie gut es tut, zu sehen, dass aus unseren speziellen Kindern auch so was Tolles werden kann, das hat wohl vielen auch die Traurigkeit genommen und auch die Ängste, die man einfach mitträgt, wenn man ein Kind mit Down-Syndrom oder überhaupt ein Kind mit einer Behinderung hat. Tamara ist bislang auf eine Sonderschule für Menschen mit Behinderung gegangen. Nun wird sie an einer berufsorientierenden Schule darauf vorbereitet, einen normalen Beruf zu erlernen. Ihr Traum jedoch? Mein größer Wunsch ist, dass man heißer Tommerl werden. Ein ehrgeiziges Ziel. Doch wer Tamara einmal kennengelernt hat, der weiß, für dieses Mädchen ist nichts unmöglich. Und das ist ein bisschen so, dass du dich nicht mehr 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 so, dass du dich nicht